So sehen Sieger aus. Das Spiel ein absoluter Wahnsinn, das entscheidende Tor ein Geniestreich. Zehn Minuten vor dem Spielende liegt Liverpool 3 zu 0 gegen Barcelona vorne. Damit wäre es in die Verlängerung gegangen. Doch dann führen die Reds einen Eckball blitzschnell aus, Barca ist unsortiert und kassiert den vierten und entscheidenden Treffer. Die Anfield Road bebt. Ich habe es gar nicht gesehen, das ging so schnell. Also habe ich es mir nochmal angeschaut und ja, unglaublich. Unglaublich, auch die Leistung seiner Mannschaft. Nach dem 0 zu 3 aus dem Hinspiel war der Einzug ins Champions League Finale kaum vorstellbar. Zur Halbzeit führt Liverpool noch knapp mit 1 zu 0. Die zweite Halbzeit stellt die Fußballwelt auf den Kopf. Drei Tore binnen 25 Minuten, ein Wunder. Einfach nur verrückt. Ich bin so glücklich, dass wir der Welt gezeigt haben, dass alles möglich ist. Was für eine Erfahrung. Zum zweiten Mal hintereinander steht Liverpool im Finale der Champions League. Mögliche Gegner in Madrid, entweder Ajax Amsterdam oder Liga-Rivale Tottenham-Hertzburg. Die Entscheidung fällt heute Abend. Lebihigkeit nach einem Ortort im Finale der Kommunistока. Bei decisive Eherein war der подпис estaban, nach dem Knopf Entouvelle Metropole vielme Alorsvers sind abgeshonzt. Und der auch genau heute Abend aushalten, Herr Hoferglé mit rumor ist cohortig. Neben mir. Neben mir. CORquest habe ich uns geboten.